In diesem Grammatikvideo geht es um den Imperativ. Das ist ein Modus des Verbes und das solltest du über die Befehlsform wissen. Der Imperativ ist die Befehlsform des Verbes in der deutschen Sprache. Du benutzt ihn zum Beispiel bei Befehlen und bei Verboten, bei Anweisungen und bei Ratschlägen oder auch bei Bitten und Warnungen und Wünschen. Hilf mir bitte, das ist Imperativ. Die drei Modi des Verbes sind Indikativ oder Wirklichkeitsform, Konjunktiv und Imperativ. Der Indikativ, Paula läuft nach Hause. Ist die Wirklichkeitsform. Der Konjunktiv, Paula sagt sie, laufe nach Hause, wird zum Beispiel bei der indirekten Rede verwendet. Und der Imperativ, um den es hier geht, lauf nach Hause, Paula, als Aufforderung oder Befehl. Der Imperativ kann nur für drei verschiedene Personalformen gebildet werden. Die zweite Person Einzahl, lach doch mal. Die zweite Person Mehrzahl, lacht doch mal. Und die Höflichkeitsform, lachen Sie doch mal. Dabei macht der Ton die Musik. Füge also möglichst ein Bitte ein. Beispiele für die Anwendung des Imperativs. Pass auf! Erstens, eine Empfehlung oder ein Rat. Iss nicht zu viel von den Süßigkeiten, sonst wird dir schlecht. Zweitens, eine Bitte oder ein Wunsch. Sprich doch bitte etwas langsamer. Drittens, ein Verbot. Halt, hier geht es nicht weiter. Oder viertens, eine Warnung. Geh nicht zu nah an den Abgrund. Die Dringlichkeit kannst du mit einem Ausrufezeichen kennzeichnen, musst du aber nicht. Wie wird der Imperativ gebildet? Du nimmst den Präsensstamm oder den Wortstamm und trennst einfach das EN ab. Also, du hast zum Beispiel das Wort Lernen und trennst das EN ab. Lerne, laufe und in der Mehrzahl Lernet, laufet. Oft wird ein E angehängt. Das steht hier in Klammern. Das ist, damit es besser klingt. Die Höflichkeitsform wird mit der Grundform gebildet. Also, lernen Sie, laufen Sie. Enden Verben auf ELN oder ERN, dann muss man für den Imperativ Singular noch ein E anhängen. Also, man muss, man darf nicht nur. Sammeln, sammle. Rudern, rudere. Mogeln, moglele. Und das gilt auch für Verben, deren Präsensstamm auf D, T und IG endet. Oder auf einem Konsonanten in Verbindung mit M oder N. Finden, finde. Bieten, biete. Atmen, atme. Hier gehört das E hin. Test. Setze das Verb anrufen im Imperativ in die verschiedenen Formen ein. Du, mich bitte an. Ihr, mich bitte an. Sie, mich bitte an. Ruf mich bitte an. Ruft mich bitte an. Rufen Sie mich bitte an. Der Imperativ ist die Befehlsform des Verbes. Damit kannst du Anweisungen, Wünsche, Ratschläge, Warnungen und Anordnungen ausdrücken. Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Viel Spaß beim Grammatik lernen.